Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich bin's, euer Max Deus und wir haben vor, noch einmal zu versuchen, Wildschweine zu finden. Haben aber auch ein bisschen Durst. Deswegen müssen wir auch wieder rüber regeln. Und es hat sich auch immer noch nicht mit den Rücklagen hier am Wasser ganz besonders geändert, gebessert. Okay, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich mich damit befasst. Ist ja immer noch dieselbe Aufnahmesession wie gestern. Also wie gestern die Folge. Aber ist auch trotzdem ein bisschen so nervig. Obwohl, jetzt sieht das fließender aus. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran. Ich glaube, das liegt wirklich an unserer Hütte. Wir haben da zu viel gebaut wahrscheinlich oder so. Sehr, sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall. Okay. So, da sind noch ein paar Totems. Da vorne auch wieder eins. Die machen wir auch wieder kaputt, weil da gibt es immer wieder schönen Alkohol und so. Nice. Und auch wieder Schädel. Steine nehmen wir auch mit. Steine haben wir voll. Okay, bei Steinen ist es auch nicht schwierig, die voll zu kriegen. Fünf Stück kriegt man ohne Beutel hin. Mit Beutel werden das dann so zehn Stück. Und die spawnen auch richtig schnell wieder. Also ist das auch nicht schwer mit dem Stein. So. Schädel haben wir jetzt vier. Oh, noch eine Durchhaut. Ja, erwischt. Und den durchnehmen wir mit. Dann haben wir auch hier unterwegs was zu essen. Ja, Mann. Boah, ich weiß noch ganz am Anfang. Da sind wir denen hinterher gerannt. Und haben den nie geschafft zu treffen. Boah, der Speer ist eigentlich schon einer der geilsten Waffen hier. Wir müssen jetzt auch zwei. Ja. Zwei Echsen haben wir auf Tasche. Oder wollen wir mal nach da hinten nochmal gehen und gucken. Vielleicht gibt es da hinten auch Bildschweine. Und ich kann mich auch kaum noch daran erinnern, was wir da in den Hütten gefunden hatten. Falls da was gab's. Ah, Schädel kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ich hätte wirklich gerne so eine Schädeltasche. Dass wir vielleicht acht Schädel mitnehmen können, statt nur vier. Wäre super. Wäre echt nice. Seile brauchen wir auch wieder acht Stück. Aber wir sind jetzt bei denen am Dorf. Und wenn die U-Einwohner nicht hier sind. Da ist wieder ein Thrombosen-Jonas und ein Galoppel-Heins. Ich hoffe nur, die bleiben von mir jetzt fern. Ein Seil, zweiter Seil. Ah, die kommen mir gefährlich nah. Mir doch zu gefährlich mit denen. So, dann wechsle ich vielleicht lieber auf den Bogen. Ah. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Galoppel-Heins, Thrombosen-Jonas. Nur, dass die irgendwo da hinten sind. Ah, okay. Galoppel-Thrombose- Ah, da unten sind sie. Wir könnten es rein theoretisch gegen die versuchen anzutreten. Aber ich weiß nicht, ob wir das auch überstehen würden. Ich sage, wir gehen mal unten rum. An denen vorbei. In der Hoffnung, dass die uns jetzt nicht sehen. So. an denen müssen wir vorbei da hinten. Beziehungsweise ich will an denen vorbei. Und die laufen uns hinterher. Die laufen vor uns weg, aber die laufen uns hinterher. Ich glaube es wäre sinnvoller jetzt hier auch wieder zu wechseln. Ich glaube die sind hinter uns her. Okay, die sind weg. Nur die da vorne geblieben. Ah, das hier kenne ich doch. Hier hatten wir doch irgendwo in der Nähe mal auch so ein Teil von der Pistole gefunden gehabt. Irgendwo hier. Wenn ich nur wüsste, wo das jetzt war. Könnte sein, dass da vielleicht noch wieder Munition gibt es oder so. Die Steinschlosspistole. Da gibt es Koffer, oder? Da unten. Ah, wieder Snacks. An die Koffer komme ich nicht dran. Wildschwein! Ja, Mann! Hier gibt es sie auch! Und dann nochmal ein Stück Fleisch. Nice. Aber wir werden uns hier ein kleines Feuerchen bauen müssen. Aua! 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 Kannst du mal drauf gehen? Aua! Ah! Genau, verpugelte gegenseitig. Aua! Komm her! Gib endlich! Der ist auch schon tot. Aua! So, alle tot. Wo ist mein Feuer? Da! So, Echse schmeißen wir drauf. Den schmeißen wir drauf. Den hier auch. Irgendwo lag hier noch einer. Genau hier. So, da müsste auch gleich schon mein Essen fertig sein. Dann gibt es gleich schon mal wieder schön lecker Knochen. Zwei Rüstungen haben die uns wieder kaputt gemacht, natürlich. Knochen. 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 Können wir rein theoretisch noch eine Knochenrüstung bauen. Aber geil, hier gibt es auch Wildschweine. Das heißt, hier könnten wir rein theoretisch auch nochmal hin. Nach einem suchen. Ich glaube, vielleicht lieber oben rum. Oder bei denen in den Hütten. Schauen wir auch nochmal vorbei. Ne, ist mir egal, was du zu sagen hast hier. Ich gehe jetzt in die Hütten. So, da, stopp. Genau, da war das, ja. Sollenteil. Gibt es keins mehr. Weil wir den ja schon haben. Weil wir gehen hier nochmal rein. Und hier könnte vielleicht doch noch irgendwas sein, was ich vergessen oder übersehen habe. Hier machen wir auch kaputt. So. Pickies. Sonst hat er dann nichts. Wenn jetzt hier auch noch Krokodile auftauchen, ey. So. Hallo, ich wollte genau. Nein, nicht den Schädel, den Stick. Und den Stick. 15 von 615 haben wir. Also fehlen noch 600 Stickies. Das wird eine Monsteraufgabe mit den Stickies. Rotfarbe, lohnt sich nichts. Es regnet. Die wird sofort wieder abgewaschen sein. Ich glaube, wir hätten vielleicht oben rumlaufen können, sollen. Oh, Seile. Zwei Seile hinzugefügt. Wie jetzt? Vier Seile können wir schleppen. Ich dachte, drei. Ich dachte, drei wäre Maximum. Ich hatte wirklich gedacht, drei wäre Maximum an Seilen. Hier liegt wieder ein toter Hai. Schädel blutet. Die können wir jetzt eh nicht austauschen. Die können wir jetzt eh nicht austauschen. Wir sind ja schon relativ weit im Westen auf der Insel. Ich würde gerne sehen, ob es hier vielleicht nicht noch mehr was gibt. Oder ob das auch schon Ende der Insel ist, wie auf der anderen Seite. Sieht so aus, als wäre das da auch schon wieder Ende. Okay, hier sind wir schon im Schneegebiet. Hier ist kalt und du bist nass. Oh, hier schneit es aber dafür. Okay, aber ich glaube, weiter kommen, würden wir auch nicht kommen. Oh, hier ist ein See. Den kenne ich noch gar nicht. Aber gut, dass wir hier auch einmal hergekommen sind. Oder kennen wir den? Ich glaube nicht. Mit so einer kleinen Insel hier. Hier gibt es aber gar nichts. Bei so Orten, wo ich noch gar nicht war, hoffe ich auch irgendwie, dass hier vielleicht doch noch so ein Teil sein könnte von der Pistole. Und ich sag's gerade noch. Ich hab's gerade noch gesagt. Aber der ist schon offen. War mich hier schon? Zwei Teile fehlen uns noch. Gibt's hier auch noch wieder Wildschweine? Weil eigentlich waren wir Wildschweinenjagd. Oder hatten gehofft, dass wir hier auch Wildschweine antreffen. Ich hab's gerade noch gesagt gehabt. Wir haben alles, was wir brauchen, um in ein Eisgebiet jetzt gehen zu können. Beziehungsweise zu craften, um in ein Eisgebiet gehen zu können. So, wir haben hier wieder... Ne, hier. Zwei Stück. Das heißt, wir können auch wieder darauf wechseln. Ihr wisst, was das heißt. Sobald wir zu Hause den Winteranzug gecraftet haben, geht's jetzt in der nächsten Folge in die Eislandschaft. Denn ich will jetzt wissen, was es da oben gibt. Und es kann ja nicht sein, dass wir schon bei knapp 120 Folgen sind und noch nicht einmal wirklich im Eisgebiet waren. Aber wir müssen jetzt langsam zurück. Ich hoffe nur, die Unwohner kommen jetzt nicht und überraschen mich wieder. Hatten wir nicht hier irgendwo unser Feuer gehabt? Ja, hier. Weißen wir mal die Exe drauf. Hä? Das war jetzt doof. Ich hab Hunger auf Exe. Hallo? Bisschen unverschämt, dass es auf einmal so weg war. Oh, ich hatte kurz gedacht, das wäre Muschi Klaus. Essen ist fertig. Uns ist warm genug, wir können abfauen. Und laufen die wieder rum. Aber sind nur die Ureinwohner, nicht die Mutanten. dann wollen wir hier mal gehen und Galoppel-Heinz gehört, glaube ich. Entweder habe ich ihn gehört oder nur eingebildet. Und der müsste eigentlich mit Thrombosen-Jonas da hinten am Dorf sein. schon wieder kalt. Scheiß drauf. Wir rennen nach Hause. Wir rennen jetzt nach Hause. In der Hoffnung, dass wir auch nicht unterwegs erfrieren. Oder vom Thrombosen-Jonas überrannt werden. Äh, moin. Beachtet mich nicht. Ich habe gesagt, beachtet mich nicht. Okay, hinter mir sind sie nicht. Ich werde mal eben ganz kurz das so machen, um mich aufzuwärmen, bevor wir erfrieren. Na, halbe Nacht ist auch schon gleich um. Lohen sie nicht wirklich schlafen zu gehen gleich. Vor allem, wir müssen auch noch das ganze Fleisch aufhängen. Gibt es hier eigentlich auch so eine Zeitspanne oder so, ab wann dann alle drei Mutanten kommen? Also, das Thrombosen-Jonas, Muschi-Klaus und Galoppel-Heinz. gleichzeitig hier auf einen losgehen können. Oder drei Muschi-Kläuser zum Beispiel oder so. Oder zwei Galoppel-Heinz und ein Thrombosen-Jonas oder sowas. Kann ja sein, dass sowas auch mal passieren kann. Dass die zu dritt kommen. Nee, egal. Wir sind jetzt erstmal wieder hier. Hopps. Zuerst hängen wir mal dort Fleisch auf. Ah, diese Ruckler hier. Ruckler kommen wirklich immer nur hier. Wir haben zu viel gebaut hier. Oder zu viele Baustellen, wenn man sich das anguckt. C, 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 C. Fleisch haben wir gar nichts mehr. Wir haben aber noch Echsenhaut hier. Zwei Stück. Dann können wir noch mal die Tarnrüstung voll machen. Die haben wir ja hier. Dann machen wir den Arm fertig. Dann fehlt nur noch einer für den Kopf. Dann wollen wir die Stickys oben noch platzieren. Und die hier noch fertig. Nice. Ah, nice. Ein noch. So. Fehlt uns noch irgendwas. Hier. Stimmt, wir wollen jetzt den Schneeanzugbaron. Wir müssten jetzt alles da haben. So. So. Eins, zwei. Bitte. Dann Wärmeanzug. Genau. Zwei hier. Dann. Dann. Fassbärfell. Hasenfell. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teile. Wir haben den Wärmeanzug. Ah, okay, aber dafür zieht er komplette Rüstung aus. Alles klar. Wir haben den Wärmeanzug. Nice. So, ah, wir können auch den Rest der Seile und Stickys, ne, Schädel, die auch schon mal aufhängen. Hier fehlt doch noch einer, oder? Nur. Hier drinne. Genau die beiden. Hier fehlt noch ein Seil. Hier fehlt noch ein Seil. Hier fehlt noch ein Schädel. Hier fehlt gar nichts. Außerhalb Fleisch. Hier fehlt noch ein Schädel. Und hier. Und dann machen wir hier auch noch mal ein. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg ins Wintergebiet, ins Eisgebiet. Und erkunden da mal ein bisschen. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020